hallo freunde jetzt geht es weiter und zwar machen wir also ein yeti boss töten ja etwas reanimiere pflanzen erledige 25 zombies mit beliebigen mg fähigkeiten der erbsenkanone ok ja so ich bin schon auf level 23 ich tue ja noch live streamen deswegen ja so jetzt muss ich einfach so ein bisschen die fehligkeiten kommt es nicht drauf an passt das überhaupt Aha, okay, ich verstehe, nicht mit dem, sondern mit dem, oder? Ja, ja, jetzt geht's. Glaube ich. Nein, ich treffe gar nicht. Oha. Ja, genau, mit dem. Mit den Fähigkeiten, sonst wäre das ja zu einfach, ne? Jetzt auch mit dem. Mann, das dauert so lange. Boah, mach Kokonus, was ist los? So machst du Kokonus. Nicht ein Türke. Ein Zombie, ein Zombie-Türke. Oh, jetzt kann ich, komm, 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 schnell, ey. Okay. Okay. Oh nein, oh nein, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Oh, scheiße, 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 scheiße. Oh. Mann, Mann, Mann. Oha. So, jetzt. Komm, 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 komm. Heil dich mal. Boah, das dauert so lange, Mann. Oh, Mann. Spiel mit ihm. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, scheiße, scheiße, mach schnell, mach schnell, mach schnell. So jetzt. Stirb. Wo, wo? Er schieß auch mich. Niemand. Das ist so interessant. Ey. Nein. Keine Zombies. Komm, du komm, komm zum Papa. Ja, der ist auch tot. Oh nein. Ich muss laufen, ich kann nicht laufen während dem. So ein Scheiss Dreck. Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Aha. Nein. Scheiße. Nein, 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 nein. Oh nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Aha. Der sieht auch geil aus. Der ist so unbeweglich. So unbeweglich. Unglaublich. Hey. Oh nein. Jetzt geht es. Aha, tot. Schau, 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 schau. So. Unser Wicht. Oh, okay. Hey. Der ist so klein, Mann. Okay. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Komm, komm, komm. Meine Fähigkeiten, Mann. Wenn die schon da sind. Ach, lass mich. Geh weg. So, jetzt. Ich will den Multiplikator auf zwei Stellen. Ja, dann wird's krass. Dann geht das alles schneller, ne? Also das Level und so. Wie viel habe ich jetzt? Oh nein, noch 16. Mann, würde das ein bisschen schneller gehen, wäre das nicht schlecht. Ich brauche mehr Gegner. Kommt. 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 Kinder, kommt. Kommt. Ah, diese Scheißpflanzen. So, tot, tot. Jetzt, jetzt. Let's do it. Oh, Monopat. Aha. Nein. Was ist das denn gewesen? Oh, Mann. Oh, 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 oh. Hey. Oh, ja. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Lauf, 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 lauf. Ah, Vincent Vega ist auch dabei. Oh, nein. Oh. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Schnell. Ich sterbe. Ei. Oh, mein Gott. So, er ist tot. Ich bin auch tot. Okay. Okay, okay, okay. Komm. Steh auf. Ähm. Wie viel noch? Noch elf. Oh mein Gott. Aha. Alles geil, wenn man stirbt. Dann fühlt sich alles eben wieder auf. Ah. Man kann doch bis hin, jedes mal sterben und dann geht doch, nein, Kartoffeln, was ist das Kartoffeln, Erbsen, keine Ahnung, nein, 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 ey, der ist so klein, den kann man nicht retten, dann darf man noch dazu, nein, okay, jetzt, Oh Mann, oh nein, oh nein, ich bin tot, bin ich tot, bin ich tot, so, jetzt, jetzt, jetzt aber, oh, so, endlich, Halleluja, nein, komm, 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 Aha, ein Yeti wäre nicht schlecht, tja, oder, hey, ja, ein Yeti wäre nicht schlecht, das könnte ich gut vertragen, einmal Yeti bitte, das kostet 3,50, So, dritt, was ist das, was ist das denn, so, fast Level 4, komm, komm noch, oh, oh, so, jetzt, 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 oh, oh, stirb, Boah, fuck. Wie viel Leben hast du? Endlich, halleluja. Und jetzt bin ich auch tot. Scheiße. Okay, der ist tot. Gut, 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 gut. Ich bin tot. Unglaublich, aber wahr. Captain. Wieso hast du das getan? Okay, jetzt. Meine Fähigkeiten sind wieder voll und ganz. Also in diesem Part mache ich jetzt nur offline ein paar. Also vielleicht können wir noch einen Yeti töten. Oh nein. Schießdreck. Boah, fuck. Genau, jetzt kommt er. So. Wie viel habe ich noch? Wie viel habe ich noch? Noch sieben. Ja, das schaffen wir. Komm, das schaffen wir. Ein Yeti, come on. Wo ist ein Yeti? Wieso kommt er nicht? Schade, dass man so ein Yeti nicht spielen kann. Wäre wirklich lustig gewesen. Nicht anfassen, aber nicht anfassen. Du darfst nur schauen, aber nicht anfassen. Ja, so sind Frauen, ne? Sie zeigen, aber anpassen. Nicht alle. Manche. Manche. Stirb. Hans. Gut. So. Jetzt, 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 jetzt. Nein, nein, nein. Nein, lass ihn doch. Wieso tötest du ihn? Ich muss ihn töten, nicht du. Ein Yeti, ein Yeti. Das wäre so geil. Jetzt in diesem Video ein Yeti noch. Das wäre so nice. Ich tötet sie nicht. Ich muss sie töten. So. Au. Ich getroffen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieviel habe ich noch? Wieviel habe ich noch? Top 5. Top 5. Ja, Mann. Das schaffen wir. Ein Yeti. Ein Yeti. Wir brauchen einen Yeti. Ich schaue mal. Oha, was ist das denn? Also, diese Scheißbox, die hasse ich. Die hasse ich wirklich. Okay, let's do it. Oh nein. Ich sterbe. Ich sterbe. So. Der kommt genau von hinten. Aha. Der Akroid. Der sieht so aus irgendwie. Kennt ihr den Akroid? Der hat was. So, dann. Oh nein, 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 nein. Ich bin schon wieder. Komm. So, der ist auch tot. Dauert nicht mehr lange. Ja, wir werden keinen Yeti sehen. Keinen Yeti treffen. Das steht mal klar. Das steht mal fest. Leider. Oha. Wenn man vom Teufel spricht. Oh nein, nicht du. Ich bin doch. Aber du bist kein Yeti. Oh man. Zu. Oh oh. Okay. Wie viel Leben der hat. Oh. Was ist das denn? Oha. Ah, das Leben. Oha. Oha. Geh weg. Oh nein. Oh nein. Weg. Lauf weg. Lauf weg. Lauf weg. Lauf weg. Ah, jetzt kann ich ja. Jetzt kann ich ja. Gut. Nochmal. Oh, stirb. Der ist auch tot. Ähm. Oh 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 oh. So. Auftrag erfüllt. Juhu. So, drei Sterne plus einmal diesen roten Multiplikator habe ich jetzt. Gut. Ähm. Okay. Ja, noch ein Yeti wäre nicht schlecht. Also wirklich. Wäre nicht schlecht. Ich würde mich freuen. So. So, das war auch tot. Weg. Geh mal weg. Man muss auch ein bisschen Glück haben, dass so einer kommt, ne? Oh man, seit 15 Minuten bin ich jetzt da und kein Yeti. Ich glaube es einfach nicht. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Hey. Tot. Ich bin auch tot. Na super. Okay. Dann können wir noch einen Auftrag anbieten. Nehmen. Ähm. Für das muss ich nach Hause wappern. Warten. Ähm. Wo kann ich das? Also im nächsten Part will ich mal. Äh. Ja online. Ja machen wir dann online. Dann verdient man auch besser. Also es ist. Es ist wirklich so, dass man viel besser verdient. Ähm. Ich habe noch zwei. Oh nein. Ich muss noch zwei solche Aufträge erfüllen und dann habe ich 1,75 Multiplikator. Ja das ist nicht schlecht. Ähm. Erledigen. Ähm. Was soll ich nehmen? Was soll ich nehmen? Wichtkick eines beliebigen Staates. Hab ich es mit einem Wichtkick eines Staates. Ähm. Erledigen. Aha. Das. Das ist gut. Genau. Also mit was muss ich töten? Mit einer beliebigen Überschalfähigkeiten des Ingenieurs. Ja das können wir gleich jetzt machen. Kraterauswahl. Ingenieur. So. Ähm. Soll ich mit dem? Oder mit dem? Ähm. Oh Mann. Ich weiß nicht. Komm machen wir mit dem. Machen wir mit dem. So. Also 25. Also. Komm es drauf an. Mit was? Mal schauen. Fannst du mit einer beliebigen Überschalfähigkeiten des Ingenieurs. Okay. Also mit dem habe ich ja kaum gespielt. Ähm. Boah. Das ist so langsam. Also mit dem habe ich ja kaum gespielt. Deswegen. Ja. Mal schauen jetzt. Ich bin ja auch ein Zombie. Okay. Und jetzt. Ähm. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem auch geht. Geht es? Geht es? Nein. Geht es nicht. Es geht nicht. Na super. Mit dem nicht. Okay. Dann. Ähm. Wo seid ihr mit Pflanz? Aber. Mit dem vielleicht? Ah. Okay. Ich verstehe. Also nicht mit dem. Sondern mit dem LB. Muss ich Gegner töten. Ja. Oder? Schau doch mal. Ja, ja. Okay. Mit dem LB. Können wir gleich machen. Und dann. Also man kann betäuben mit dem. Und dann. Ah. Schon sieben. Das geht ja schnell. Wow. Geil. Oh. Kopf. Kopf. Pfeffer. Das ist genau richtig. Wie groß er ist. Fast genau. Ah. Jetzt hat ich was. Oha. So. Jetzt. Komm. Komm. Meine Pflanzen. Komm. Oha. Hey. Steht doch. Ich bin tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Scheiße. Also ich spiele viel lieber mit den Pflanzen. Ich weiß nicht. Bin ich lustiger. Oh. Come on. Come on. Hey. Stilp. Land. Oh. 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 Eine Sonde wurde in der Hand. Komm. Töte es. Töte es. So. Wie viel habe ich noch? 15. Oh mein Gott. Gar nicht mal so einfach. Vor allem wenn meine Leute alle töten. Das finde ich Hammer. Natürlich. So. Hey. Was ist das genau? Tot. Na. Halleluja. Halleluja. Okay. Resport. Wo seid ihr? Da. Da. So. Genau. Der ist auch tot. Oder? Mein Gott. Noch 13. Das schaffen wir in diesem Video nicht mehr. Freunde. Das machen wir dann im nächsten Part. Ja. Warte mal. Den muss ich noch töten. Sonst. Sonst. Stärken. Kack den. Nein. Nein. Scheiß Dreck. So. Hier. So. Hat das was genutzt? Ja. 13. Noch 12. Okay. So. Gehen wir zurück. So. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Freunde. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.